Und das Rhetoristisch ist der HFC ungeschlagen. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Aktuell läuft es. Auf seinen ersten Heimsieg mit Halle wartet der Trainer aber noch. Die Hoffnung gar nicht mehr lange. Und die Gastgeber in Rot kommen gut rein in die Partie. Deniz zu Zazaar und der zurück zu Thunai. Deniz knapp vorbei in der 16. Minute. Deniz zieht einfach mal ab. Ben Voll im Kölner Kasten reagiert glänzend. In neun der letzten zehn Auswärtsspiele konnte Köln punkten. Meissner kommt dann gefährlich vors Tor. Doch auch Geppert ist zur Stelle. Halle aber klar im Chancenplus. Haarlank ebenso wie Stetzig neu in der Startelf. Voll überzeugt erneut mit starkem Reflex gegen Bulliki. Der macht's artistisch. Mit der Hacke. Doch Voll ist in Topform. Das 0 zu 0 zur Pause. Aufbeobachtet von Ristic-Kumpel Thomas Sobocik. Der wohl die Nachfolge von Ralf Minge als HFC-Sportdirektor antreten soll. Nur einen Punkt holte Halle in den letzten fünf Heimspielen. Und macht nun weiter Druck. Mit Huck. Und Deniz im Nachsetzen. 1 zu 0. Dem HFC gelingt die Führung in der 49. Minute. Hucks Schuss wird noch abgefälscht. So ist voll machtlos. Und Deniz voll da für die Ristic-Elf. Die Viktoria wiederum hat in 2023 die wenigsten Tore aller Drittligisten geschossen. Dann Meissner auf Sondheimer. 1 zu 1. Da ist es das achte Kölner Tor in diesem Jahr. Meissner legt konzentriert ab auf Sondheimer. Die HFC-Führung nach 20 Minuten dahin. 5 Minuten später Ecke Halle. Erst versucht es Reddemann. Dann Zimmerschied. Und plötzlich ist der Ball drin. Stetzig erzielt das 2 zu 1 für Halle. Doch die Aufregung ist groß. Denn voll hat die Hände zuvor dran am Ball. Glück für den HFC. Schiedsrichter Hanselbauer gibt den Treffer. Die Gäste erhöhen den Druck danach merklich. Sagiri sieht Becker. 2 zu 2. Köln schafft den Ausgleich in der 85. Minute. Der HFC macht es den Gästen hier viel zu einfach. Und kann danach nicht mehr nachlegen. 2 zu 2 der Endstand. Halle und Sreturisic müssen weiter warten auf den Heimsieg. Der HFC bleibt 15.